bämm leute herzlich willkommen zurück zu dragon age origins wir sind hier in seltsamen höhlen letztes mal stehen geliebt und haben eine bande zurückgeschlagen die was von einer wieder auferstand und in gottheit an raste gefaselt haben die jetzt wohl in form eines drachen irgendwo auf diesem berg herum geistern soll aber das soll jetzt erstmal nicht weiter steuern denn wir wollen nur eins die urne der heiligen asche ja genau und deshalb werden wir jetzt mal hier auf dem berggipfel gehen auch gucken ob wir hier weiter kommen ja für die ursprüngliche heimat ich wollte gerade lesen und das ist er wohl der drache so einen drachen umgeht man besser als ihn zu bekämpfen ja der drache von der scheinbar an draste sein soll die wiedergeborene wo ist er denn war doch irgendwo oder nicht ach keine ahnung keine ahnung sobald ich komme auf die map hier da geht es lang zu steuern tempel und da vorne geht es lang warte ich gehe mal und hier ist auch was war er nicht so ich glaube er eher nicht so oder kommen wir dahin einmal doch da kommen wir hin gucken wir uns hier mal ein bisschen um das ist das ja schön ist guck mal da ist er ja angreifen angreifen so guck mal hier sind viele tolle sachen fehler fehler bunter smart ist vielleicht reißt dein verdammtes maul nicht immer so weit auf ja kein metaller rundschild die wollte ich schon immer mal haben ach komm ich prügel dich bald mal widelweich hier ähm so ja malgängig willst du da nicht mal so ein paar zauberfunken da hochschmeißen das würde dir bestimmt gefallen äh ich weiß ja nicht ähm so dann war hier noch was hier haben wir eine tür genau gehen wir da mal rein da geht es wieder zurück in den verfallenen Tempel mal gucken wie wir da rauskommen Zauber wie Geistschlag könnte einem Magier das Leben retten ja das ist mir bewusst nur bin ich kein Magier ich bin ein Schurke was rettet denn Schurken das Leben gar nichts Schurken sterben einfach okay hier waren wir doch schon ja hier waren wir schon da kommen wir ja vorhin noch nicht durch wieso können wir jetzt da plötzlich durch ach egal wir gehen jetzt einmal weiter und ich hab vergessen die Uhr zu stellen warte mal ist mein Handy hier nein mein Handy ist nicht hier verdammte Scheiße wie mach ich das jetzt äh ich muss ganz kurz warte mal ich bin gleich wieder da da bin ich auch schon wieder ich musste kurz mein Handy holen das musste sein tut mir leid äh ich musste meine Zeit hier im Auge behalten vor allem bei Dragon Age äh so ja sagen wir ja machen wir noch machen wir noch so viel ja okay machen wir noch so viel ja ist okay ähm so du bist ruhig hier oben ne du machst keine Faxen ja ja gut fähig mega cool von dir sag ich dir ganz offen und ehrlich finde ich finde ich cool einige Waffen wie Streitkolben und Streithämer verursachen weniger Schaden sind allerdings äußerst effektiv gegen schwere Rüstungen ja kenne ich mich nicht besonders gut aus damit und da verlasse ich mich lieber auf das eine und einzige und zwar auf den Schaden den die Waffen verursachen hi ihr habt aber schöne Schilde oh und du hast ein sehr schönes Gesicht Madame finde ich schon sehr anziehend oh wer ist er hier Wächter speichern hi wo sind wir hier es sieht anders aus als der Rest der Runde oh voll aber brauchen wir theoretisch nicht äh wir können allerdings hier mal so ein paar Scheißsachen wegwerfen denn die sind definitiv nicht mehr wert als so ein Schwert ja es sieht ja ein bisschen seltsam aus und da steht ein einzelner komischer Wächtertypi rum ach kurzbogen scheiß auf Bögen brauch doch keine Sau na was geht ab hi ich heiße euch willkommen Wilma ähm wer seid ihr ich bin der Wächter und beschütze die Urne der Heiligen Asche das trifft sich jetzt nicht so gut ich habe jahrelang auf das hier gewartet okay auf mich ihr seid der erste seit einer langen Zeit es war meine Pflicht mein Leben die Urne zu schützen und den Weg für die Gläubigen zu behalten die kommen die Urne zu verehren zahllose Jahre habe ich hier verbracht und ich werde verweilen bis meine Aufgabe erfüllt und das Reich im Meer versunken ist mehr versunken klingt gerade nicht so das was ich gerne haben möchte und ich bin mir ziemlich sicher dass du jetzt nicht so glücklich darüber sein wirst mich zu sehen dass du mir direkt die Urne überreicht ähm äh wird eure Aufgaben hier immer so füllt interessiert mich zwar kein Stück aber okay ich weiß es nicht und ich stelle diese Frage auch nicht okay ich würde mal sagen verweilt mir keine Zeit wie gelang ich zur Urne ihr seid gekommen an Draste zu ehren und das solltet ihr wenn ihr euch als würdig nein ich will nicht nur die Urne um jemanden zu retten ne ich bin ich bin gläubig hundertprozentig ähm ich war auch um einen edlen Mann zu heilen ja komm dennoch müsst ihr euch als würdig erweisen ich entscheide nicht ob ihr würdig seid das zeigt der Spießwutenlaut falls ihr würdig seid dürft ihr die Urne sehen und ein wenig Asche für euch selbst mitnehmen falls nicht der Spießwutenlauf klingt wie so eine richtig schlechte Disziplin an einem Schulsportfest aber okay ähm was ist der Spießwutenlauf der Spießwutenlauf trennt wahre Pilger von falsch ihr durchlauft vier Prüfungen eures Glaubens und wir werden sehen wie eure Seele sich dabei macht hm na so gut aufhören zu trödeln ich mach das schon vorher muss ich euch noch etwas fragen ich sehe dass euer Weg bis hierher alles andere als leicht war es gibt viel Leid in eurer Vergangenheit euer eigenes und das von anderen ihr habt Shiani Warn überlassen für ein paar abgegriffene Kupferlinge sie hat euch vertraut und sich auf euch verlassen sagt mir Pilgerin habt ihr Shiani im Stich gelassen äh ich erinnere mich gar nicht mehr so gut daran oh was war das nochmal Shiani war das irgendwie meine Schwester oder sowas ich weiß es nicht mehr oh man ähm äh 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 nun gut ihr kennt euer Herz jetzt bin ich aber neugierig was ihr wirklich empfindet es ist gut dass ihr abgelehnt habt die Frage hat mit unserem Ziel nichts zu tun oh gut ich dachte schon ihr würdet anfangen zu heulen und eure Gefühle mit uns teilen und was ist mit euren Gefährten Alistair Ritter und Wächter ihr fragt euch ob alles anders gekommen wäre hättet ihr auf dem Schlachtfeld am Dankensleite gekämpft ihr hättet den tödlichen Streich vielleicht abwenden können ihr fragt euch doch ob nicht besser ihr gestorben wärt nicht wahr ich er wäre Duncan statt meiner gerettet worden wäre alles besser hätte ich nur die Gelegenheit dazu gehabt und der Elf aus Antifa bin ich jetzt dran? hurra wie aufregend ja viele sind durch eure Hand gestoppt gibt es jemanden bei dem ihr das mehr bereut als bei einer Frau namens woher wisst ihr das? oh ich weiß vieles dieses Wissen ist mir gestoppt die Frage steht im Raum bereut ihr es? ja die Antwort lautet ja wenn ihr es wissen müsst ich bereue es jetzt bin ich aber auch hier interessiert jetzt mein kleiner lieber Elf was ist denn da mit dieser Frage ja komm sag schon komm sag schon du musst nicht abhauen von mir ja ja alles klar okay okay was haben wir hier geister cool und eine verschlossene Metalltür Bruna alles klar sprechen wir mal nee wir sprechen nicht mit Bruna wir sprechen lieber wir sprechen lieber mit 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 ihr hier der kleinste Vogel kann es mit sich tragen der stärkste Mann jedoch nicht unbedingt wovon spreche ich? äh warte mal was ist der kleinste Vogel kann es mit tragen aber der stärkste Mann nicht hm also es macht man kann ein Lied nicht mit sich tragen eine Kokosus kann kein Vogel tragen den Wind kann man auch nicht tragen man wird vom Wind getragen also kann es rein logisch und grammatikalisch eigentlich nur die Pest sein davon spreche ich nicht okay du kleine du kleine Tusse ein Aschegeist ah ja okay ihr bleibt ruhig ihr bleibt ruhig alles klar dann hauen wir mal drauf und keine Kampfmusik okay alles gut ich brauche keine Kampfmusik alles in Ordnung nee ich bin nicht beleidigt oder so komm sterb einfach der lustige Teil oh ja und Special Effects okay dann reden wir doch mal mit mit Bruna äh warte mal nochmal bitte Echos aus einer Schattenwelt flüstern was noch nicht geschehen des Gedankens seltsame Schwester lebt in der Nacht wird fortgespült vom Licht der Dämmerung die Schwester lebt in der Nacht wovon spreche ich ähm Träume die Schwester lebt in der Nacht Magenverstimmung Schwester könnte vielleicht der Mond sein und keine Ahnung Träume sag ich es einfach mal klingt klingt ein Traum kam über mich als meine Tochter nah an meinem Herzen schlief er erzählte von ihrem Leben ihrem Verrat und ihrem Tod Ich bin Trauer und Reue meine Mutter die bittere Tränen für eine Tochter vergisst die sie nicht retten konnte ok wir müssen hier solche Rätsel lösen ok aber warte mal wenn wir die Rätsel falsch machen können wir kämpfen oder kriegen wir Erfahrungspunkte das ist doch viel geiler warum sollte ich die Sachen hier richtig machen Lady Vasilia von Rache oder ja ist eigentlich klar aber warte mal ähm wir kriegen doch Erfahrung wenn wir die Typen töten ich will die Erfahrung also ich ich würde sagen dass es Rache ist ähm und da nehme ich uns was anderes Krieg davon spreche ich ja das war mir klar also ich gucke mal ob ich da Erfahrungspunkte kriege für weil wenn ja dann lohnt sich das ja viel mehr die Dinger die haben ja nichts drauf hier ja warte ich ich behalte den Balken im Auge ja ich kriege Erfahrungspunkte 72 das lohnt sich schon mehr als hier einfach nur den intelligenten Typen zu spielen von daher nehme ich die Erfahrung wo ich hingehöre und es mir auch gehört wovon spreche ich weder Gast noch eindringling ja das kann ja nur Heimat sein ne also sag ich mal vom Tod davon spreche ich okay aber die Rette sind nicht allzu schwierig aber wie gesagt ich möchte die Erfahrung ich sage das eine wusste ich jetzt ich freue mich was die Antwort war ja es ist einfach zu leicht hast du vollkommen recht dann du hier Jünger Hayward die Knochen der Welt strecken sich nach der Umarmung des Himmels weiß verschleiert wie eine Braut den Bräutigam begrüßt wovon spreche ich also ich möchte trotzdem irgendwie die Lösung finden noch also es sind entweder Wolken oder Berge und ich sage einfach mal es sind Wolken darum sage ich es sind darum nehme ich jetzt Berge also ich ich sage Wolken wäre richtig und deshalb nehme ich Berge ja okay Berge sind richtig ach verdammt dann habe ich es falsch gemacht naja ein geeigneteres Grab konnten wir nicht finden okay ich bin ein Noob General Maferath Har ein Gift Maferath das grausame Gegenstück der Leidenschaft aus Liebe erwachsen bis die Liebe tot aniederliegt einfach so wovon spreche ich ha boah bin ich gut alter ich bin sowas von gut ja dann definitiv die Frauen ne oh man die Frauen sind auch die Ursache für alles naja so ein bisschen die Frauen abstauben hier wieder ja komm reif mich doch an Mensch sehr schön oder die nächsten bitte Jünger Kaffer oder wie auch immer keiner hat es gesehen doch jeder kennt es leichter als Luft schärfer als jedes Schwert kommt aus dem Nichts und fällt doch die stärksten Armeen wovon spreche ich ja leichter als Luft ja das muss Hunger sein weil der Hunger wiegt ja nichts ähm ja die Frauen sind auf jeden Fall auch die 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 fälle die dicksten Armeen das ist bekannt davon spreche ich Frauen sind einfach das ist das größte Problem überhaupt jetzt noch nicht natürlich nur Spaß nicht ernst nicht mehr jetzt hier ähm ja aber der Hunger wird das wohl gewissen sein ganz schön viel Blut ganz schön viel Blut so was ist mit dir los Arron Heserion okay sie schwingt das zerbrochene Schwert trennt wahre Könige von Tyrannen wovon spreche ich schon wieder die Frauen ähm trennt wahre Könige von Tyrannen genau ja Schwäche würde ich schon sagen ja macht Sinn aber natürlich die Frauen die Königinnen davon spreche ich nicht ach schön warum ist das immer eine Option die Frauen zu wählen hier will uns das Spiel etwa etwas mitteilen ich weiß es nicht lass mich in Ruhe ey du kleiner Aschegeist so können wir jetzt da durch Tatsache Chiani oh Gott kommt jetzt unsere Vergangenheit uns entgegen hey hey Chiani wer sonst schön dich zu sehen vermute ich das Leben da draußen war gut zu dir stimmt alle respektieren dich sogar die Menschen erinnerst du dich an uns an deine Herkunft und was viele von uns noch immer jeden Tag durchmachen ich würde euch ja komm machen wir mal ich würde euch gerne alle befreien danke aber das erfordert Zeit mehr als du erübrigen kannst du hast auf die Frage des Wächters nicht geantwortet manches lernt man nur wenn man es am eigenen Leib erfährt dennoch bist du weit gekommen dich jetzt zu sehen gibt mir Hoffnung für uns alle mh 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 okay machen wir ein bisschen Angst hier gerade wird gespeichert kommt jetzt was fieses etwa hey wer seid ihr denn er ist da ach das sind wir oh lol lol müssen wir jetzt gegen uns selber kämpfen ähm ähm okay morgan tut mir leid aber du musst als erstes ausgeschaltet werden bei Alistair du kannst hier du könntest mal Zephryn tanken so wir gehen alle auf morgan drauf so ähm da mal betäuben sehr gut oh die wollte sich gerade verwandeln hier dann ähm Unruhe zack 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 aber schon oh das war der Geistschlag jawoll okay ah und Alistair ist schon tot alles klappe dafür ist morgan auch tot und da würde ich sagen alle auf Zephryn oh jetzt kommen sie morgan zu nahe morgan kannst du den Geistschlag machen kann sie nicht auf Fähigkeit wird eingesetzt so für die grauen Wächter ach ja selbst der Geist Alistair schreit den gleichen Satz so du kannst hier bei Freaksy mal Lebenskraft hinzu machen dann greift Zephryn bitte äh Freaksy an und ich greife auch Freaksy an so und dann kannst du direkt danach kannst du mal ähm einfrieren auch noch so wunderbar ach das das wird super gute Arbeit Jungs und Mädels so dann alle bitte auf den guten alten Alistair aber bitte von hinten zack 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 und zack wunderschöpfen wunderbar da wollte ich sie den guten Alistair köpfen aber war ja nur ein Geist ähm okay hab ich nur gut überstanden speichern so gibt's was noch zum mitgrappeln nö okay